Einen wunderschönen guten Morgen. Da machen wir ein bisschen Cardio in Kombination mit Bauch. Das heißt, Handbänder als Cardio, ihr wisst ja, alles geschlossen, Hände am Körper und dann ausmacht. Wenn möglich unter Rührung in der ganzen Geschichte. Guckt, dass ihr im Schultergürtel, wo ihr euch das schwerfällt, gerade im Nackenbereich locker bleibt. Und hier ist der Plan. Wir machen die Handbänder im ersten Durchgang 50 Stück. Dem das zu viel sein sollte, da kann man sagen, ich beginne mit 20 beispielsweise. Oder 30 von mir aus. Aber 50, denke ich, sind lösbar. Die steigern wir dann quasi von Runde zu Runde. Das heißt, wir machen 50 Handbänder. Dann machen wir was für den Bauch. Und zwar Beinstrecken im Sitzen. Ihr könnt die Hände hier auflegen. Tritt sofort, Brust, Kopf, wie auch immer. Streckst du die Beine aus, ziehst wieder an. Ausstrecken, anziehen. Ausstrecken, anziehen. So lange, bis es nicht mehr geht. Kurz durchatmen. Eigentlich denke ich, geht es ohne Pläuchern. Ansonsten atmet 30 Sekunden durch. Und dann machen wir die doppelte Anzahl. Hampeln wir mal. Also in dem Fall 100, wenn man von 50 ausgeht. Spacken einfach 50 drauf. Wieder runter. Beinstrecken im Sitzen. Wieder bis nichts mehr geht. Flanken wir. Und dann 150 Hampeln. Und immer so weiter. Wenn ihr mit 20 macht, dann 20, 40, 60, 80. Oder mit 30, 30, 60, 90, 120. E.C. da hat die B. Und das zieht er durch. So lange, dass er sagt, ich kann keinen Einstrecken im Sitzen mehr durchführen. Also wenn der Bauch ist fertig, ist er vielleicht noch 1, 2 oder so. Oder ihr gebt euch eine Rundenzahl vor. Das war 5 bis 10. Aber 5 Runden sollen mindestens drin sein. Oder ihr gebt euch eine Zeit vor und sagt, ich mache das 30 Minuten. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Okay? Haut rein, bleibt dran. Viel Spaß. Ciao. Ciao.